Oh, Aua! Hast du die auch gesehen jetzt? Ja! Do not enter! Da ist Glas! Aua! Aua! Ich sollte mich vielleicht ein bisschen heilen. Nein, heilen ist heutzutage viel zu überwertet. Aua! Gift! Gift! Ich komm da nicht auf diese scheiß kleine Plattform! Da! Endlich! Schau mal meine Lebensanzeige! Wo bist du runtergegangen? Wo bist du runtergegangen? Ich bin links einfach lang. Ich bin links gerade einfach. Du musst drüber springen. Geh mal ganz knapp am Rand. Oh! Oh Gott! Okay! Was? Party in der USA! Nein, es war nicht! Nein, nein, nein! Scheiße! Rechts müssen wir da lang! Rechts müssen wir da lang! Warte, warte! Ja, das hab ich gerade angeschaltet! Das ist einfach nur die Alarmalage! Warte, vielleicht schließt es die Sachen! Warte mal! Bleib mal da, wo du bist! Ich will was ausprobieren! Aua! Was? Du bist fast tot, ne? Ja! Ja, ich weiß! Ähm, was ist wenn wir jetzt da hingehen und durch die Alarmalage alles gesperrt ist? Ach, nein! Das wird schon nicht sein! Ich kann es mir vorstellen bei diesem Spiel! Aua! Wir sind echt die begabtesten Spieler die es gibt, ne? Aua! Wir springen einfach durch alles! Das brauchen wir nicht! Herausforderungen sind was für reicher! Aua! Hey, was soll ich dir was sagen? Ich hab die ersten beiden ohne es nur zu treffen geschafft! Aua! Boah, ich hab die zweite geschafft! Aua! So! In Level 1 ist auch gleichzeitig die andere Seite! Können wir auch durch? Ne, noch nicht! Was hast du eigentlich in dieser Troll gehabt in der Ein – das war irgendwie eine besondere Troll? Die kann ich dir sofort geben! Die kann ich dir sofort geben! Ah! Dann gib mal! Ähm, ne Shotgun! Oh! Was hat so interessant! Ansonsten war da nix drin. Nix. Irgendwie sollte da auch sowas drin sein wie Teleporter-Sachen. Und fliegende Sachen und sowas. Eigentlich in solchen Kisten. Oder die Sachen, die man halt erlernen muss, weißt du? Aua. Aua. Aua, ich bin tot. Ich auch. Wow, wir sind beide tot. Alles klar. Ich bin einfach die ganze Zeit durchgerascht. Du musst zu mir auf Schiff, ne? Ja, ja. Wollen wir rechts lang gehen? Warte, ich schau mal kurz, wie groß der Planet ist. Vielleicht geht's schneller, wenn wir rechts lang gehen. Ähm. Planet ist schon relativ groß. Ja, ich glaub schon. Teleportier dich einfach zu mir jetzt dann gleich. Jetzt ungefähr. Ja. Ne, zwar schon, bitte. Bist du auf Schiff, oder was? Ja, ja, ich bin bei dir auf dem Schiff. Ich glaub, es geht schneller. Wow. Ach, oh Gott. Ähm, ich renne gerade einfach durch. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben ja so gebaut, dass wir, also in der Annahme, dass wir da nicht nochmal hinkommen, ne? Da bei den Bergen rüberkommen. Ja. Gut sein. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nochmal alles abbauen. Weil du zumindest in Gang, dass wir da durchkommen. Und jetzt bist du auch links lang gelufen? Ich bin links lang geluft. Okay, du, okay. Ah, Leute. Das ist ein komisches Viech. Das irgendwelche Dinger fliegen lässt. Okay. Wie weit bist du jetzt schon? Ach, da sind wir schon. Ich bin schon am Berg jetzt, wo wir waren. Alles okay? Bin sofort bei dir. Bin ich irgendwo reingefallen? Aua. Okay, ich baue jetzt mal so alles ab, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Beim Berg. Aua. Ja. Mach du das? Ich komme dann. Dann geht's auch so. Also versuche einfach dann irgendwie hochzukommen. Du bist direkt unter mir, du bist schon da. Ich baue hier dann weiter ab. Du kannst ja jetzt nicht hoch springen. Das geht schon alles. Also man kann da jetzt genauso hochkommen, wie es ist. Ich weiß nicht, ob du es fertig bringst. So wie ich dich kenne, weißt du? Aber es ist möglich. Ich bin halt so sozial, ne? Ja, krass. Filzdorf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. So. Das letzte Steindeing hat mich ein bisschen überfordert. Ja. Ich bin jetzt wieder da. Fast beim Labor. Ja, ich sofort auch. Aua. Muss ich mich hier erstmal hielen? Wie sind denn nirgends Menschen? Das frage ich mich gerade. Komm mal. Keine Ahnung wieso, aber... Ah, nirgendswo, ne? Mhm. Der einzige Mensch, den wir gesehen haben, war der eine. Der auch gekennt hat. Aber es war auch auf einem anderen Planeten. Ja. Den habe ich nicht mehr umgebracht. Glaube ich zumindest. Doch, ich glaube, den hast du umgebracht. Du meinst, oh, jetzt schreibt er ja und dann... Oh, jetzt ist er tot. Oh. Au. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war alles... Der Konsolenschwein. Der ist voll der asoziale Mörder. Ja, natürlich. Natürlich. Vor allem, weil man sich überhaupt nicht bei dir und bei mir sehen kann, ne? Ich bin jetzt wieder im Labor. Ich gehe jetzt nach rechts, ins Labor, mache jetzt Level 1 Blitzeln. Was mein Vorteil ist, wenn ich das jetzt schaffe, bevor du ankommst, dann habe ich das Level. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast das Level A, dann kann ich hier unten zu den Riesendingen gehen. Ahnung, was das ist. Ich glaube, dein Level 1 ist viel schwieriger als mein Level 1. Mhm. Aua. Wie soll ich die ganzen Bandagen in die Hand nehmen? Oder wir sind einfach nur zu blöd dazu. Nee, mhm. Wieso steht da eigentlich Banana? Natürlich, ich warte mal hier, bevor du... Okay, du bist durchgekommen. Sehr gut. Ähm. Ich würde an einer... Einer sollte eigentlich am Eingang warten, oder so. Da unten ist Gift, pass auf. Mhm. Da muss man drüber springen, das ist so ein Jump'n'Run jetzt hier. Jump'n'Run, 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 jump'n'Run. Oder man läuft da einfach durch. Ja, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Pass auf, pass auf, ich bin fast tot. Boah. Jumal. Nee. Jumal. Jawoll! Ich bin ganz unten. Meine Kiste. Bin ich denn ernst, Alter? Was ist da drin? Kann ich dir sofort sagen. Warte. Ähm. Eine Sold Rifle. Hier. Oh, cool. Willst du mir die geben? Ja. Dann kann ich nämlich zwei OP, also nicht OP, aber halt starke Sachen nehmen. Ähm. Boah, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Boah. Ja, du schon, ich nicht. Ich kann ja zaubern. Ich test dann irgendwann mal alles. Das ist so viel zum Thema, du wartest oben, ne? Was? Ist nicht so deins, ne? Oh, shit. Ja, was? Ich hab keinen Schaden, das jetzt. Oh, shit. Weil, bei mir bist du halt die ganze Zeit so ein bisschen ungepackt. Okay. Jetzt hab ich Schaden. Ja, jetzt hab ich... Au, 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 au. Du springst über jedes Teil, was man nur überspringen kann. Oh, Mann. Und dann sagst du mir, zu mir ist es nicht so meins. Ja, das ist doch nicht so deins, ne? Ja, ich bin ja nur schon am Ende, ne? Ja, und jetzt erst mal ins Gift reingesprungen. Ja, siehst du? Du bist schon am Ende. Und schon wieder. Ja, mach's besser. Au, au. Spassi. Das gibt's doch nicht. Aha. Nein. Hä? Weißt du, was ich jetzt mach? Ich nehm jetzt die Elektro-Flocker. Au, scheiße, doch nicht. Ich bin wieder ins Gift. Ich krieg's nicht. Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Warte mal, wo ich jetzt wieder drin gelandet bin. Warte mal, wo ich grad bin. Ich bin bei Banana. Ja, ich bin im Gift. Oh. Das Ding... Oh, shit. Ah, aber... Ich bin tot. Okay, ich warte hier. Ich hab gar nicht drauf geachtet, wo ich wie viel Leben ich hatte. Konsulenschwein. Ach, du heilige Handgranaten. Kacke. Ich bin jetzt bei dir, ne? Du stehst im Elektro-Schocker. Aua. Tschüss. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Du kommst hier nicht rein. Nein! Ich warte auf dich. Was passiert jetzt? Sollen wir das einfach abbauen? No, du kommst hier. Ja. Vielen Dank.